Ah! Ah! Jeden Tag gleiche... Scheiße! So. Einmal abschupfen. Hallo alle... Hallo alle Ultras! Herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator! Ja, ihr seid ja komplett abgegangen auf den bisherigen Verlauf der Alla Ultras GmbH im Bus-Unternehmen. Ich habe so das Gefühl, wir können hier nicht mehr so viel rausholen. Bin ich ganz ehrlich? Da bin ich wirklich jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich trau mich heute nochmal ran. Kontostand ist mittlerweile über 21.000 Kröten. Da haben wir uns letztmal... nicht lumpen lassen. Wir haben... Wir sind natürlich ein Plus-Unternehmen. Es gibt nicht umsonst Alla Ultras Schals in meinem Shop. Link ist in der Beschreibung. Weißt du? Deswegen laden wir den Bums jetzt. Geil? Oder gucken wir mal, was wir heute so schaffen. Oh, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere! Ich hab mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Und dann neue Leute ansteigen, neue Bus ansteigen. Und dann haben wir eine Provision angeboten. Und dann haben wir eine Provision angeboten. Und dann haben wir eine Provision angeboten. Sollten wir langsam neue Busse kaufen? Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Bruder, wir haben doch schon längst einen Bus gekauft. Warum willst du mich denn jetzt dazu zwingen, noch einen Bus zu kaufen? Ey, und wenn die heute wieder ankommen und mir ihre Katze andrehen wollen, irgendwas mit Leidenschaft, Liebe und Leidenschaft, diese Kack-Serie, die die hier alle gucken, dann flipp ich aber mal ganz gepflegt aus. Weil das geb ich mir heute gar nicht. Seh ich nicht ein! Ja, und mit den Ufos und alles! So. Ja, ich hab mich jetzt beruhigt. Aufregen werde ich mich nicht. Scheiße! So einen brauche ich noch. So einen richtigen lang. So, ich hätte... 420.000 Blazit, Alter! Ich wollte schon immer mal einen lang, aber ich hatte immer nur einen kurzen. Das macht mich auch traurig. Und ich will auch Katja, die ist Lehrling. Lehrling?! Und kriegt 600 Euro die Woche! Welcher Lehrling? Kriegt bitte 600 Euro die Woche! Tell me! Verdoppeln! Erweitere dein Unternehmen, um für den Businesspark besseres Service anzubieten. Ah! Kauf einen Bus! Das haben wir sogar schon erledigt! Das heißt, wir haben eigentlich schon damals vorgesorgt. Verstehst du das? Ja, ohm! Man muss es nicht nur hier haben. Man muss es auch hier haben. Das wisst ihr ganz genau. Ich versuche mal diese Quest jetzt hier irgendwie zu erledigen, damit wir den nördlichen Bezirk endlich mal freischalten. Ich dachte, den haben wir schon freigeschalten letztes Mal. Ich fahr die! Aber die bin ich noch nie gefahren, oder was? Naja, ich fahr die. Weil wir wollen jetzt hier auch mal schnell vorankommen. Also rein! Ist wieder Nacht, ne? So, hier sind schon wieder irgendwelche Corona-Patienten. Alter! Alter, das geht schon wieder gut los, ne? Ich will den eigentlich gar nicht reinlassen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Also zu allererst will ich mal wissen, was du da gerade für Faxen mit deinem Handy gemacht hast, Alter! Hässlich bist du auch noch! So, was willst du haben? Tageskarte? Standard 1! Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Mich interessiert Hans nicht! So, du kriegst jetzt nur 5-Cent-Stücke. Hier! So, du kriegst jetzt nur 5-Cent-Stücke. Hier! Friss meine 5-Cent-Stücke! Friss! Danke. Ich bin jetzt schon wieder auf 180. Ich hab keinen Bock mehr. Ey! Ihr geht hier nicht einfach nur so rein! Halt, stopp! So, was mit deiner Fahrkarte? Hast du eine? Was? Achso. Äh, hier. Gut. Hier, bitte. Ja. Na klar. Gut. Jetzt haltet alle euer scheiß Maul. Ich will nichts von Winter der Leidenschaft hören und wenn hier irgendjemand über seine scheiß Haustiere spricht, dann geh ich nach Hause. Da hab ich keinen Bock. So. Da will er einen aussteigen. Nächster Halt. Seiner Mann. Forschung. Oh, nicht ein Rollstuhlfahrer. Absolut pünktlich. Absolut pünktlich, Alter. Perfektes Timing. Gute alte Position. Eine Fahrkarte, bitte. Oh, jemand hat was vergessen. Ein Passagier hat etwas im Bus vergessen. Sammle es ein und bring es ihm zurück. Momentum. Was wollte ich vergessen? Ein Geschenk. Wird Sachen dem Passagier zurückgeben? Hehe. Nö. Der hat über seine Kack-Serie geredet. Das behalte ich ja mal schön hier. Sollen wir weitergehen. Wieder so viel Wechselgeld? Boah, das tut ganz schön weh in den Finger, wenn man so viel Kleingeld immer rausgeben muss. Aber es tut mir leid. Die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Alter, das Spiel ist so behindert, Alter. Verdammt, ich habe vergessen, die Haustür umzuschließen. Ne, weg. Ey, ein Bus, ich habe immer Vorfahrt. Was hast du, Siri, zurückgelassen? Oh, nicht ein Rollstuhlfahrer. Oh nein, ich habe den mit dem Rollstuhl nicht reingelassen. Scheiße, das tut mir leid. Da kommt auch ein neuer Bus. So, Tür auf. Er ist aussteigen lassen, sehr gut. Habt ihr gut aufgepasst? So, ähm, ich bin der Kalle Kuschinski. Viele Leute kennen mich vielleicht schon. Ich bin berühmt, berichtig hier in Seaside Valley. Alla. Ich bin wahrscheinlich der beste Busfahrer, den sie sich wünschen können. Aber auch der lauteste. Also, ihr haltet jetzt alle mal euer Schnauzen. Wenn ihr dann nochmal einer was erzählt über irgendeine Serie Winter der Leidenschaft 5000 Folge mit irgendeiner Ziege auf dem Berg. Alle interessieren mich einen Scheiß. Oder irgendwelche Haustiere, Acker, Katzen oder sonstiges, Frösche oder wie auch immer Vögel dann hier ins Tageslicht rücken will. Dann schmeiße ich euch raus. Dann schmeiße ich euch raus. Verstanden? Ja, tschüss. Ah, shit. Blinker setzen. So, du bleibst jetzt stehen. Und du wartet, bis ich aus der Bucht raus bin. Verstehst du das? So läuft das hier. Wer hat hier die Hosen an, Anna? Bodenschwelle überfahren. Junge, ich... Oh Mist. Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Ja, okay. Nächster Halt. Okay. Hallo. Ihr kleinen... Zu spät. Raus hier. Bevor ich mich vergesse. Alter, hast du gerade... Tschüss. Die hat gerade genießt. Corona-Patient Nummer 1. Raus aus meinem Bus. Ich will, dass du rausgehst. Raus, 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 raus. Und was setzt du dich eigentlich einfach rein? Ich bin der Busfahrer. Du setzt dich hier einfach hin, neben die Corona-Tussi, oder was? Wunder, dass die Menschen alle krank werden. Aber ich bin ganz happy. Bisher gab es hier noch niemand hier irgendwie Richtung... Lol, ich hab die mit der Hand zugemacht. Ich habe die Tür mit der Hand zugemacht. Flashback. Schönen Sie eh, um die Tür zu beeinflussen. Erstmal wieder eine Tür beeinflussen. So, Blinkerchen. Und wieder los. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Rieserhalt. Stockerplatz. Und jetzt verpisst euch. Schneller, ich habe einen Termin. Halt dein Maul. Wie spät ist das? Ich habe keine Uhr. Aber es ist spät. Und wo hast du bitte jetzt einen Termin um die Nacht? Du bist die Corona-Tussi? Es reicht langsam. Du hältst mal deinen Maul. Katrin, lass ich dich hier mitnehme, du krankes Stück. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountsy. Raus! Hallo, ich bin der Bus. Verpisst dich. Ja, zur Seite aller. Steigt aus, wann ich das sage. Ja, verpisst euch bitte alle. Verpisst dich. Einkommen, aktuelle Fahrt. Schwarzfahrer? Wir hatten einen Schwarzfahrer. Das darf uns nie wieder passieren. Wir sind hier irgendwie noch kein Stück weiter. Und wir müssen auch den ganzen Tag die gleiche Scheiße fahren. Was ist die Frau denn jetzt mal gefahren? Die hat schon 72. Das heißt, ich muss ungefähr drei Fahrten machen. Dann machen wir nochmal eine Tagesfahrt. Freie Fahrt? Ich kann jetzt einfach überall rumfahren oder was? Ich bin jetzt einfach mal aus. Keine Ahnung, was freie Fahrt bedeutet. Und Abfahrt. Oh, hi. Ich bin's, der Kalle. Der sieht aber auch wirklich aus wie ich. Ich bin nur ein bisschen schlanker. Wieso muss ich denn vorne nicht zünden? Wo ist denn hier die Zündung? Da war das doch irgendwie eben. Fahrradtür. Ach so, mit C kann ich die... Okay. Ihhh. Aha. Ah, Alter. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So, wo kann ich denn jetzt hinfahren? Ich wurde geblitzt. Aber freie Fahrt bedeutet wirklich freie Fahrt, glaube ich, ne? Warte mal, steht da was? Hier stehen auch keine Leute, ne? Hier stehen keine Leute in den Haltestellen. Nächster Halt, Astra Promenade. Ja, ne, eben nicht. Oh, shit. Oh. Sag mal, hörst du da für Mucke, Alter? Das ist aber kein Spandauer Hardbus. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück into the menu. Das hat jetzt ja gar nichts gebracht. Ich würde sagen, Katja, du machst jetzt hier die Strecke. Und wir fahren mal die andere. Wir fahren mal hier im Media Center, Astra Park. Okay. Dann nehmen wir jetzt mal die zweite Strecke und hoffen mal, dass die Agathe da gleich, die Regina da irgendwie fertig wird, ne? Jetzt bin ich hier wieder drin. Leute, ich kann sogar so richtig zur Seite. Ich glaube, mein Bus ist gerade noch auf stabiler Seitenlage, oder? Yo. Wie kriege ich das denn jetzt wieder hin? Ach, du Scheiße. Aha. Gut, dann fahren wir. Ey! Ich bin der Bus! Scheiße, jetzt ist der Stau. Ei, 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 ei. Es ist ganz normal, dass man hier lang fährt. So, ich habe Vorfahrt. Da haben wir uns gut durchgeschlungen. Geschlingelt. Wir haben das gut gemeistert. Wir haben das gut gemeistert. So. Also Ampel gibt es hier an diesen Kreuzungen scheinbar nicht. Freddy, Bus bauen. Freddy, komm jetzt Bus bauen. Aber ich war doch schon heute Morgen dran. Freddy, du kommst jetzt Bus bauen. Komm, Freddy, Bus bauen. Freddy, komm Bus bauen. Aber ich dachte, ich bin heute nicht dran. Ich sagte, Freddy, komm Bus bauen. Ich wurde schon wieder geblitzt. Ich f*** mich selber. Okay, diesmal nehmen wir den Rollstuhlfahrer aber mit. Ist klar. Hallo. Servus, Leute. Moin, Leute hier. So, erst mal die Fußgänger rein. Ja, halt's Maul. Ja, komm, hier, nimm den Euro. Verpiss dich. Gut. Jetzt müssen wir das irgendwie mit der Rampe machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Warte mal, wo ist denn die Rampe noch mal? G. Okay. Rampe kann nur verwendet werden, wenn die Feststellbremse betätigt wurde. Oh. So, Rampe. So. Tür auf. Er gönnt nicht die Tür, ne? Er will die Tür nicht aufmachen. Er will die Tür nicht aufmachen. Ach, die ist noch nicht, ah, die ist noch nicht entriegelt. Scheiße. Moment. Haben wir gleich. So, wir sind Profi. Jetzt geht das los. Jetzt fährt er rein. Aber hast du auch eine Karte? Weil wir haben jetzt hier sehr viel Zeit verloren. Wenn du jetzt ein Schwarzwald ab bist. Wir haben letztes Mal hier einen durchfahren lassen. Dann muss ich jetzt leider die Kontrollen verschärfen. Klar. Right. Alles klar, rein in die Luzi. Rampe zurück. Und dann geht's jetzt wieder weiter. Sorry für die Verspätung. Man kann ja mal was Nettes sagen, ne? Man muss ja nicht jeden Tag... Gestern war vielleicht ein schlechter Tag für mich, du. Warum ist es hier hinten denn so dunkel? Oh, Mann, ey. Mach gleich die Lichter an. Wieso? Hä? Hätte ich da Tacht, Junge? Da brauchst du doch keine Lampe da. Nö, wir müssen Strom sparen. Äh. Eine Rampe kann ich nicht runterfahren. Du hältst doch mal jetzt den Schnauzen, Mann. Ich bin noch lange nicht so weit. Wie halt... Es ist ganz schön dunkel hier hinten. Oh! So, jetzt halt dein Maul. Und steig aus. Sehr künstlich. Danke. Ja, Rampe rein. Die Tür geschlossen ist. Die Tür ist noch geschlossen. Okay. Also, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Junge, Hans, das ist mir scheißegal. Mann, ich drehe doch durch mit euch, ey. Oh, Mann. Wechselgeld. 18,20 Euro. Alter. Ah. Wir sind hier schon seit zwei Minuten dran, diese scheiß 5 Cent Stücke rauszugeben. Ey. Ey. Was ist los? Ey. Ey. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich kann nichts mehr machen. Ey, ich habe keine 5 Cent Stücke mehr. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ihr geht mir alle auf den Sack. Dieses Busunternehmensding, das ist mir alles zu viel. Ich habe keinen Bock mehr. Ist alles kaputt jetzt. Ich darf nicht mehr in meine Fahrerkabine. Du stehst hier rum. Du stehst hier auf so einer Rampe. Was ist mit dir? Ich kann mit euch allen nicht mehr reden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich haue jetzt rein. Ich gehe jetzt. Ich nehme jetzt ein Fahrrad und verpiss mich. Ich habe keine Lust mehr. Gebe ich mir nicht mehr, die Scheiße. Gebe ich mir nicht mehr. Jetzt sp 뭐. Bis zum nächsten Mal.